Dieser Spiel ist mir besonders positiv auf meinem Minecraft-Server aufgefallen, weil er anderen Spielern dabei hilft, ihre Grundstücke auszuholen. Und weil er so selbstlos hilft, das Grundstück von anderen Leuten zu bebauen, dachte ich mir, helfe ich ihm und er spare ihm ungefähr eine Million Blöcke, die er noch hätte abbauen müssen. Er hat sich so darüber gefreut, dass er jetzt keine zwei Stunden mehr diesen Stein abbauen muss und ich dachte mir, eine Kleinigkeit haben wir noch für ihn. Und zwar habe ich ihm den besten Rang auf dem Server gegeben, den Platin-Rang und pro Like auf diesem Short darf er diesen Rang einen Tag länger behalten. Und pro Follow, den ich durch diesen Short bekomme, schenke ich ihm einen Diamanten. Besucht ihn jetzt auf opeso.net.